herzlich willkommen ihr fragt euch jetzt bestimmt was dieser nette junge mann hier neben mir zu suchen hat der kommt nämlich zu euch wenn ihr gewinnt genau spiel tipps nintendo und dieser mario veranstalten bei euch zu hause eine party ihr könnt eure freunde einladen nintendo kommt vorbei schmückt die ganze bude aus bringt wie mit bringt mario party neu mit bringt getränke und essen mit und das einzige was ihr machen müsst ist macht ein foto wie ihr euch so eine mario party vorstellt sollte natürlich möglichst lustig sein alle teilnahmebedingungen stehen hier unten drunter bis zum elften dritten habt ihr zeit und unter allen übrigen interessenten und teilnehmern verlosen wir noch 10 nintendo überraschungspakete also ran an den speck und schnappt euch die mario party